Leuchtwurzelsaat, kann man die gar nicht aufsammeln, weil ich mal wieder alles voll hab. Woll du voll bist, so, Alkoholiker, kann ich immer noch nicht abbauen, egal, dann halt nicht, nein, so jetzt muss man, oh mein fucking Gott, wo bin ich? Loil, habe ich gekifft oder so, ich war in so einem blauen Ort, oh ne Bombe, kann ich nicht aufsammeln, la 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 la, dann noch weiter runter, oh, he, man merkt, ich hab zu viele Stäbe, ne, ah, Fledermaus, ah, lol, glaub ich bin da, wo du auch bist, kann nicht sein, du bist viel zu weit von mir entfernt, Ich penetrieren zwei Fledermäuse und ein schwarzer Skelett, äh, schwarzer Skelett, schwarzer Skelett, Ich hab auch wenigstens meine Tasche verlernt, ich sag nicht, woran ich gestorben bin, schon an deinem eigenen Speer, ne, an meiner Fledermaus, an meiner Fledermaus, so, hab ich noch, oh, ich hab vier Kisten, ist das schon, dann kann ich immer hier, eine, noch eine, noch eine, noch eine, oh, und dann hab ich noch eine goldene Kiste, Ich tue ich auf die andere Seite, die soll ich nicht gehen. Halt, ich bin jetzt 800 Meter unterm Boden. So, und? Hey, den Müll man einfach nur hat in seinem Inventar. Ich glaub, wenn wir nochmal ein paar mehr Kisten dann machen. Ich hab da schon ganz viele hingepackt, ich hab fünf Stück hingepackt. Kannst du nicht noch ein paar mehr machen? Ja, ich hab, ich kann nicht mehr mehr machen, weil ich hab die fünf gefunden. Achso. Eine Kiste ist schon mal voll von mir. Ne, das behalte ich nicht. Das behalte ich, das behalte ich nicht. So, das behalte ich, das behalte ich auch, ist mir egal, das kann ich auch behalten. So, und jetzt geh ich, da muss ich jetzt hochgehen. Ich wollte mir eine Spicksacke machen, eine neue. Kann man die machen? Ah, ne, man kann aus Silber, aus Silber kann man Waffen machen, wollte ich mal sagen. Ja, ich brauch ja keine Waffen. Ne, ich mein nur, ich hatte gerade Silberbahnen im Moment. Wir haben gar keine Eisen. Ich hab Eisen. Ja, das freut mich. Wir haben ja, ich glaub keine neuen Waffen, äh, Waffen. Dingsmann. Kupfer, Kupfer, kann übereinander. Sagen. Egal. Brauch ich weiter so. Äh. Und jetzt kann ich wieder weiter. Äh, Slime, ihr geht mir schon, ey. Ja, in den Höhlen auf den Sack. Geht mir nicht, jo. Ich hab schon, ich hab erst 23 Silber. Boah. Jetzt bin ich so langsam auf der Lava-Ebene. Ja. Oh, oh, du bist bald in der Höhle. Höhle. Hölle war nichts. Höhle. Höhle, 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 Höhle. Ah, 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 ah. Was trittst du an hier? Geht mir ja nicht. Soll ich mich mal töten lassen? Wenn, wenn ich mich jetzt verbrennen lasse, sind meine Sachen dann noch da? Ja, aber weißt du, dann nimm noch einen Einfalltrick. Mach kurz Escape, renn und dann scheinen wir ihn rein und dann haste, dann bist du auch im Spawn. Ja, dann sehen wir ja den Server. Na und? Wenn die Aufnahme vorbei ist, dann ist Dings. Ist gestoppt. Ach, egal. Ja, du kannst auch dich einfach töten lassen, ist auch egal. Da ist eine goldene Kiste. Ich halte die Hälfte deiner, ähm, deiner Gold ist weg, gell? Ich hab sie so kein Gold. Also halt, wie heißt das, deine Münzen? So viel hab ich nicht. Echt nicht? Wie arm bist du denn nicht? Ich bin YouTuber, ich hab genügend. So, kurz da runter, da runter, Slimey. Alter, ich hab nur noch einen HP, weil ich grad vier oder fünf Blöcke runtergefallen bin. Ich wollte mich doch verarschen. Oh, ein schwacher Halt dran genommen. Oh mein fucking Gott. Ey, ich weiß grad penetriert von... Bin ich schwul oder so? Ja. Grün, äh, ein roter, ein gelber und ein blauer. Und ein Wurm. Boah, hab ich hier ein... ...geiles Ding hier gefunden. Oh ja. Wiederbelebungsband, defensiv, ausrüstbar, belebt langsam wieder. So, dann hab ich noch verdächtig, ausstehendes Auge, verbrauchbar. Ruft das Auge von... ...Citullu herbei. Ah, dann können wir das Auge rufen. Oh ja, freut mich. Ich... Ich... Ich werd hier penetriert von... ...verfickten... Ah ja. Vom verfickten Wurm. Ich hab nur noch 22 HP. Okay. 14 HP. Oh, ich hab eine... Ja. Eiltrank nehmen. Aber einen starken. Ach, ich hab ne schwache. Einer hat Wurm verpisst dich bitte. Brauchen wir Wurfmesser? Ne, oder? Wenn du sie brauchst, ich brauch sie nicht. Ich glaub meine... ...Shemiukis oder wie die heißen. Keine Ahnung wie die heißen, sorry. Alter, von wo war ich eingegriffen? Von was? Ach du, hier ist ein schwarzer Blob. Den sieht man ja gar nicht. Du brauchst ja... Loll. Und er macht damage. Das ist abnormal. Du wurdest in Hackfleisch verwandelt. Komm ich in dieser Höhle auch irgendwann mal weiter als 50 Meter? Das ist doch zum Kotzen. Ich spiele, ich hör das Let's Play auf. Man, wer kann so was Let's Play auf? Ich bin depressiv. Nachts werd ich aufwachen. Oh mein Gott, Slime. Wer findet schwarzes Lens in der Höhle, wo es schon schlunkel ist, ey? Boah, komm. Wer findet da blaues Slimes und gelbe und grüne. Also den Endboss können wir damit schon mal dann rufen. Können wir den jetzt schon besiegen oder lieber nicht? Nie im Leben kannst du den jetzt schon besiegen. Das stimmt sogar du. Nicht nur ich. Glaub mir. Also am besten ein bisschen Eisen farmen, oder? Ja. Dass wir uns Eisenrüstung machen können. Du musst damage, ne auch so. Du musst damage machen. Ja. Ja. Nothing else matters. So. Ich ignorier einfach den blauen Slime, der da oben hängt. Ich bin da lang. Mal weiter. Gebe ich noch hier auch den. Wo geht eigentlich hier lang? Ha! Hier war ich ja noch gar nicht. Ach doch, hier war ich schon. Warte. Ich glaub hier ertrink ich nur wieder. Oh, nicht schon wieder Wurm. Wo denn jetzt? Was denn da cool ist? Guck mal da. Hä? Ich hab da irgend so ne coole Kugel gefunden. Die leuchtet so cool. Aber da ist so ein Gestein, das ich nicht abbauen kann. Mann, ich komm nicht zu der Kugel. Ist mir egal. Ignorier ich sie halt. Die leuchtet ja nur so wunderschön. Immer noch leuchtet sie so wunderschön. Da ist wieder so ein dicker Blob. Da ist auch wieder so ein komischer Raum. Vielleicht ist da ja wieder was. Alter. So. Oh nein, ey. BTF 5. Verfickte Slimes. Wollt ihr verarschen? Ich komm schon mit 2 nicht klar. Hörte erst den einen hier. Oh nein, ein dicker Slime. Leute, ihr könnt sterben. Sorry. Muss gehen. War schön. Eure Gastfreundschaft und so. Der haut 16 Damage rein. Soviel hau ich nicht mal rein. Leben hatte. Ah ja. 45 Leben. Ah. Tod. 2. Ende. Hölle. Nur da hoch. Ah. Macht hier alles irgendwie Schaden? Hier kommt es mir auf jeden Fall vor. So. Langsam fallen. Ah, 9 HP verloren. Ah. Hier macht alle Schaden. Hier macht alle Schaden. Guck. Du grad die Fledermaus macht mir mehr Schaden. Ey. Sorry. Das ist echt zu brutal. Fledermaus. In Minecraft machen Fledermaus. Wenn Mäuse nicht Damage. Mir war nicht so viel. Oh. Oh. Hier sind noch zwei Blobs. Ah. Oh mein. Puh. Alter. Hier kommt der mal wieder. Ah. Doch nicht. Ah. Oh lol. Es laggt. Hallo. Es laggt. Du lagst grad. Du lagst grad ein bisschen. Der Server laggt. Ja. Weil du lagst. Du lagst im TS auch. Oh man. Ich kann gucken ob ich lecke. Ne. Ich leck nicht. Du lagst. Und wieder ein Herz. Und ne goldene Kiste. Und noch ne goldene Kiste. Und ne Standuhr. Und ne Kreuz. Statue. Hm. Ja. Du lagst im TS. Lass dich mal leicht. Ja. Ja. So. Und wieder 20 Leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Penetriert mich. Oh mein Gott. Den Karat. Brauchen wir ne Stand? Äh so'n. Ach so. Äh ne. Doch nicht. Ähm. Heiltrank. Tschüss. Ich weiß nicht ob wir die brauchen. Shit. Alter das laggt über. Du lagst immer noch voll im TS. Also irgendwie laggt grad alles bei mir. Also bei dir laggt es glaube ich alles. Weil bei mir laggt nur direkt Server. Und du lagst nur bei mir. Ja. Wo? Boah. Alter ich kann nix mehr machen. Ja. Ja. Die Kiste reagiert gar nicht mehr. Wow. Ja wir können ja die Folge jetzt kurz aufhören. Ist eh 30 Minuten. Warte. Nur noch kurz ein sein. Lost Connection. LOL. Du auch? Nein. Okay. Dann würd ich sagen äh. Das ist die Aufnahme ja. Ja. Vorbei. Ich rede für ihn. Bei mir. Es ist vorbei. Ja. Ja. So.